Und wie sieht dann die Zukunft für Sie aus? Sie sind jetzt auf einer gewissen Stufe, sind jetzt vier Jahre dabei insgesamt dann? Drei. Drei Jahre dabei. Und das heißt, wie stellt sich dann für Sie die Zukunft dar? Was sind die nächsten Schritte? Der nächste Schritt ist, jedes Jahr ein ganzes Jahr vorzuorganisieren und bezüglich Training, mich weiterzubilden bezüglich Training, also auch weitere Trainings zu geben, zu halten, noch Wert dazu zu lernen und natürlich auch weiter meine Kunden, meinen Kundenstamm aufzubauen. Kunden fürs Leben. Sie kommen ja aus einer bestimmten Branche, Sie kommen aus der Kosmetikbranche grundsätzlich, haben da Vertrieb übernommen. Wie konnten denn diese Erfahrung, wie konnten Sie diese Erfahrung einsetzen? Sehr, sehr gut, denn alles was Verkauf und Vertrieb angeht, kann ich hier natürlich sehr gut umsetzen. Sie hatten auch persönlich eine schwierige Situation, Sie wurden im Zuge Ihrer Existenzgründung schwanger, das kann man ja sagen heutzutage, das ist ja nicht das Schlechteste. Wie hat Ihnen denn da das Konzept geholfen? Also hier haben mir die Menschen sehr geholfen, denn hier war sehr viel Loyalität natürlich auch an der Tagesordnung und das Konzept an sich, ich wurde nicht fallen gelassen. Wenn ich alleine da gestanden hätte, hätte keiner für mich die Arbeit übernommen und es hätte mich keiner aufgefangen und so war das hervorragend. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wie bewerten Sie das Konzept insgesamt, das Gesamtpaket als Franchise-Partner hier bei BEI? Als Marketer-Trainer sehr, sehr gut, denn Sie bekommen wirklich alles, was Sie nötig haben, was Sie brauchen an die Hand, um wirklich erfolgreich zu sein. Alleine könnten Sie das nicht machen. Das ist schwer. Frau Stöckmann-Anzelt, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.